Eine totale Sonnenfinsternis. Was für eine willkommene Ablenkung vom politischen Krampf in den USA. Am besten wird das Naturschauspiel in Hopkinsville zu sehen sein. Da war ich erst im März. Das 30.000 Seelenstädtchen in Kentucky ist seit Tagen im Ausnahmezustand und Las Vegas Fanproduktion leider ohne mich ist dabei. Ich werde live über das iPhone dabei sein und plötzlich bemerken, dass die Vögel nicht mehr singen und das Totenstille herrscht im Moment der Sonnenfinsternis.